Aber ich wünsche mir doch nur, dass der Weihnachtsmann kommt, damit ich ihn sehe. Ach, wie mache ich das nur, dass die Weihnachtsmannmaschine zunächst im Flur ist? Das wird gar nicht so leicht. Ich habe ein Pfeilpaket für Patterson. Nein, ein Eilpaket, glaube ich. Mirakelöl. Genau so etwas brauche ich. Maschinenmann, Maschinenmann, bald willst du funktionieren. Ruhe! Bei dem Krach kann doch keiner mehr schlafen. Schlafen? Wir wissen gar nicht mehr, was das ist. Hört ihr den doch mal an, das macht ihr schon die ganze Nacht. Maschinenmann, Maschinenmann. Und es ist ja nicht so, dass es was für uns wäre. Ein weihnachtsmatischer Holzeinwerfer, hat er gesagt, als wir uns beschwert haben. Na, jetzt sag mal. Klingt das etwa wie ein Weihnachtsgeschenk für dich? Für Patterson vielleicht schon. Und was interessiert uns das? Genau das ist es. Tut es nie. Aber sollte es. Denn nur besondere Hennen bekommen Weihnachtsgeschenke. Und wisst ihr, welche das sind? Nichts verraten, wissen wir. Warte. Wir denken nach. Maschinenmann, Maschinenmann, Bald wirst du funktionieren. Fertig. Ich trau mich kaum, es zu probieren. Mirakelöl. Hm. Wenn es jetzt nicht klappt. Ich will nicht mehr warten. Ich sag euch die Antwort. Sicher kriegen alle Hennen Weihnachtsgeschenke. Nö. Nur eine Sorte Hennen bekommt Weihnachtsgeschenke. Nämlich brave Hennen. Die, die nicht immer nur an sich denken. Gibt es solche überhaupt? Fröhliche Weihnachten. Wart ihr alle brav, Kinder? Jippie. Ja, 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 jippie. Vielen Dank.